hallo leute ich bin mal wieder unterwegs um schöne bilder zu machen ich bin jetzt hier am untreusee zum sonnenuntergang und da möchte ich jetzt ein schönes bild machen seid gespannt und bleibt dran bis bald hallo leute ich bin immer noch unterwegs um schöne bilder zu machen ich bin jetzt am neuen spot und zwar an der unteren steinerne brücke wer jetzt nicht genau weiß wo die ist das ist die brücke neben der meines bars und ich will da ein schönes foto machen vor allem durch die laternen die auf der brücke sind da kommen wir wunderschöne blendensterne machen also seid gespannt und bleibt dran bis bald tschüss